Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder aus dem Tower bei den Ketzis, die einfach mal jetzt inzwischen nichts mehr bringen. Also gut, wir sind hier mit Xorgi4U und wollen ihn ein bisschen unterstützen, beziehungsweise einfach, dass er ein bisschen hochkommt. Einfach so, was weiß ich. Pizza braucht auch kein Mensch. Ja, einfach ein bisschen tanken für ihn, weil der Levelunterschied ist doch noch etwas zu groß. Mein Inventar ist krass voll, aber gut. Was habe ich nicht eigentlich alles noch so? Ey, das könnte ich euch mal machen. Das könnte ich mal machen, vor allem wenn ich 10 davon habe, ey, oh ne Scheiß. Ich glaube fast, es geht jetzt schief, weil es sind jetzt schon einige, die er da nimmt. Aber gut, kann natürlich auch klappen, ich weiß es aber nicht. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig drauf wetten, aber wir werden es gleich sehen. Wobei, ey, das klappt vielleicht echt, ohne Scheiß. Danke übrigens noch an Lingo, Lingo Rollo, ähm, fürs, äh, für die ganzen Sachen, die ich gerade gekriegt habe, im letzten Part, und fürs, äh, Waffen natürlich auch noch. Jetzt muss ich eben irgendwas, äh, weg, trinken, was weiß ich, damit ich irgendwas wieder hab, also das Erben muss an Glauben. Hallo, nein, das braucht kein Mensch, ey. Ohne Spaß hier. Ähm. Kann ich hier drin fliegen? Natürlich auch nicht. Ähm, ja, auch, ich hasse, wisst ihr, Leute, ich hasse Sachen weggeschmeißen. Das hasse ich immer, also auch im Real-Life und was weiß ich noch. Äh, aber, okay, was weiß ich noch. Ähm, aber trotzdem, das nervt mich richtig und hier nervt mich auch. Aber egal, was sei es. Max MT, wo brauche ich jetzt eigentlich MT? Keine Ahnung, Mann. Okay, ich muss jetzt irgendwas wegschmeißen, sonst ist er gleich, sonst ist er gleich selber weg. Ich sauf jetzt einfach noch so Malzwier weg. Was geht ab? Ähm, ich will doch einfach nur diesen Scheiß-Stick ein an Dingen, Mann. Ohne Spaß ist es so schwer hier. Ähm, ja, okay, ja. Okay, sorry, aber ich hasse es, ich hasse es hier. Warum kann ich jetzt wissen, ich einfach noch drüber trinken, dann könnte ich auch einfach, dass das dann eben verdoppelt wird die Zeit oder was weiß ich, ist mir doch egal. Hauptsache, dass es halt irgendwie gescheiter ist. Nun gut, ich würde sagen, ähm, ich gehe schon mal zu den Höheren und Brüder ein bisschen. Ich hoffe, es verlaufen wird jetzt nicht. Welches Level sind sie hier? 72, ja, das ist doch schon mal ein bisschen höher. Wie viel ziehen die mir? Ja, 33, das merkt man dann halt schon. Das können wir eigentlich mal schließen. Und dann machen wir hier. Machen wir so. Und man sieht echt, ich kriege schon deftig eins gebacken. Aber echt nicht zu schlecht hier. Aber egal, ich hoffe mal, dass der Aue eh nicht zu lange dauert, bis die Viecher tot sind und dann geht das auch. Ja, okay, das sind jetzt auch alles Käpt'n hier. Ja, okay, es passt aber eigentlich noch. Ich kriege zwar echt ziemlich was ab hier, aber ich hoffe mal, die Viecher auch. Nicht immer vergessen beim Tanken, immer blöde Escape-Taste drücken, damit man alle wirklich töten kann. Als jetzt... Wie heißt eigentlich die... Ich meine, ich bin jetzt der Tanker in diesem Fall. Wie heißt die Person, die jetzt tötet? Wie heißt die... Wie heißt der nicht Getankter oder wie auch immer? Keine Ahnung, wie heißt die? Das würde mich ja echt interessieren. Wie nennt man diese Person? Ohne Spaß, ich wüsste es echt gern. Okay. Nee, jetzt kommt das Kackviech. Okay, ich brauche mal ganz dringend meine Superpille, damit das alles wieder oben ist. So, ich denke, das Ding müsste ich jetzt auch eigentlich gepullt haben. Ach ja, ach ja. Hey, geht es immer noch auf ihn, oder wat? Naja, egal. Hey, was steht jetzt los? Drauf kloppen! Drauf, was los? Der ist Kackzig, geht immer noch auf ihn. Jetzt stirb, Kackzig. Keiner mag dich. Halt dein Maul, man. Jetzt ist das da, oder wat? Egal. Jetzt würde er auch noch töten können. Ohne Witz. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Food dabei, aber gut, dann habe ich gleich wenigstens ein paar Plätze in meinem Inventar. Oh yes, man, ich sag's euch, Leute. Dann geht's ab hier. Nee, geht's nicht. Aber hey, was soll's? Ich glaube, aber jetzt müsstest du wenigstens mal ein paar Prozente bringen, oder? Jetzt mal im Ernst hier. Wenn das jetzt keine Prozente kriegt, dann bringt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und wann verrecken die denn so? Das würde mich mal interessieren. Weil ich meine, ich habe zwar relativ viel Food dabei, aber jetzt auch nicht gerade unendlich, ne? Na egal, werden wir sehen, werden wir sehen. Ich küsste jetzt echt gar nicht so leben, die blöden Viecher noch haben. Ich lasse jetzt einfach mal eins gedrückt und hoffe, dass ich nicht verrecke. Und zur Not habe ich immer noch meine andere Hand über der F10-Taste. Das heißt, also, im Notfall überlebe ich es trotzdem noch. Oh yes. Aber ich halte mich gerade ziemlich gut auf. 5000 und dann 4000 wieder halt und dann wieder 5000. Also es geht langsam runter, aber auch nur wirklich sehr langsam. 8000 stellt es wieder her. Dann können wir ja mal ganz kurz warten. So, genug gewartet. Weiter geht's. Also 94 habe ich noch. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lange es dauert. Ich hoffe mal echt jetzt nicht zu lang. So, das ist eine Viecher da tot. Das ist schon mal gut. Können die anderen auch nicht mehr ewig dauern eigentlich. Und wehe, da kommen keine Prozente, ey. Dann bin ich sauer. So, und ich lasse eben noch mal auf die nette, gute alte Goldpille runter sinken. Dann ist es sich auch lohnt, die einzuwenden. Jetzt hat es sich gelohnt. Wo gibt es sich noch mal zu kaufen? Bei irgendeinem Allgemeinshop oder so, ne? In den Darkland. Mindestens. Mindestens was? Da, da ist doch einer schon verreckt. Mindestens Level 60. Naja, also das glaube ich fast nicht jetzt. Aber ein bisschen was dürfte es bringen. Ich meine, er ist gerade... Welches Level ist er gerade? 57. Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele hast du. Wehe, das Viech kommt näher, Alter. Leck doch. Fett, ey. Ja, okay, reicht. Aber das war irgendwie schon chilliger bei diesen Katzen da. Ey, ohne Witz, da musste ich einfach gar nichts machen. Da konnte ich warten und ab und zu musste ich vielleicht einmal draufdrücken. Auf Essen. Aber jetzt habe ich gerade 200 Essen verbraten oder was? Das ist auch ein bisschen hart. Gibt es nicht noch irgend so eine Zwischenstuze von wegen... Also ich meine, 60 zu ein 70 ist ein 10 Level. Das kann es doch nicht sein, oder? Jawohl, das dauert nicht mehr lang, Leute. Das dauert nicht mehr lang. Hammergeil, okay. Da bin ich mal echt gespannt. Also ein Level muss echt drin sein, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann bin ich traurig und gehe weinen. Ohne Witz. Ein Level muss drin sein. Verreckt, ihr blöden Viecher. Jawohl, okay, nochmal draufhauen, 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 draufhauen. Jawohl, nochmal, das kann ich nicht mehr lange dauern. Aber perfekt. Aber nichts wie X Level ab. Was? Okay, das ist jetzt echt beleidigend, 4%. Irgendwie, ich meine, klar, wir haben kein Nietzsche, bla bla bla. Ich weiß schon, das wird gleich alles in den Kommentaren stehen. Okay, was heißt gleich, aber... Also, es wird auf jeden Fall in den Kommentaren stehen. Und Ice Cream Cake braucht jetzt echt kein Mensch. Ich will einfach nur das Ding ausziehen. So. Ähm, Zeitverschwendung. Aber echt, ey. Aber echt. Aber gut. Ähm, keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Aber irgendwie, naja, gut. Was soll's? Was soll man machen? Wir werden auf jeden Fall jetzt hier noch die Cats nochmal tyrannisieren. Aber das frage ich mich jetzt echt, was da schiefgegangen ist. Aber nicht, dass die alle gleich da weglaufen. Das nervt mich am meisten. Okay, aber im Tower ist es schon mal größer, der Bereich. Das sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ähm, aber irgendwie trotzdem, naja, ne. So riesig ist er dann auch nicht. Aber hier kann ich jetzt wenigstens Male holen und ohne dass ich jetzt verreckt oder gleich schon wieder halb am abkratzen. Ja, okay, das ist das Gleiche. Ich wiederhole mich, aber ich meine, ihr seht es ja auch irgendwie, vor allem 3% und was weiß ich, 4%. Wo war bitte der Unterschied? Die waren 10 Level höher oder was? 4 oder 8, keine Ahnung, genau. Auf jeden Fall ein paar Level höher. Das kann's nicht sein. Quatsch, fuck, gesund. Wenn mich hier alle ankommen. Egal, was soll's. Muss sein. So, und du kommst auch noch mit, und du kommst auch noch mit. Ich hole jetzt hier alle, ohne Witz, ich hole jetzt hier alle. Das wird jetzt fett. Das soll sich ja auch lohnen, Mensch. Ohne Witz, ich will jetzt unbedingt auch in dem Party, dass das gescheit ist, kommt. Oh yes. So muss sein, ey. So, jetzt leckt's mir zu doll. Die noch. Und jetzt geht's los. Zack, Escape gedrückt. Das heißt, jetzt kann's losgehen. Und die dürfen ja, die verrecken ja auch relativ schnell. Das ist ja voll okay bei denen. Die verrecken schnell, die machen mir fast keinen Schaden. Ich mein, jetzt wär ich schon wieder am abkratzen bei den anderen Viechen. Und ich, okay, jetzt kann ich mal drücken, einfach nur so. Aber ist jetzt mega unnötig eigentlich schon. So, und gut, jetzt verrecken die schon alle. Das heißt, man braucht einfach nicht so lang. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das sind die ganzen Captains, die übrig geblieben sind. Alter, das sieht immer geil aus, wenn da ganzes Zeug kommt. Oh, ja, ist gut jetzt, Urmensch. Da lag doch noch gerade irgendwas Geiles. Habe ich das aufgenommen, oder was? Ah, das habe ich aufgenommen. Okay. Okay, ich würde sagen, eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Obwohl es jetzt geklingelt hat, aber das ist mir jetzt auch egal. Denn ich mein, ey, 6% ohne Scheiße ist es. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das bei den anderen so erheblich mehr war. Aber jetzt bräuchte man noch einen wie mich. Also noch einen, der irgendwie so Level 80 irgendwas ist. Der dann hier auf der anderen Seite zum Beispiel mit alles leer tankt. Und dann könnte er immer wechseln. Hier der Xorgi4U könnte dann immer die Seiten wechseln. Dann ist immer überall so eine riesen Gruppe dann da. So wie bei mir in Azia mit den Mammuts, falls sich da noch einer erinnern kann. Das war ja auch so eine Aktion. Also gerade so, dass eben alle immer da sind eigentlich. Und man sauviel, also dass man nie wirklich warten muss, bis wieder alles getankt wurde. Weil das ist die meiste Zeit. Darauf vergeht echt die meiste Zeit. Außer wenn man natürlich jetzt, wie ich, bei Mammut steht und dann pro Part irgendwie eine Fuhre hinkriegt. Aber ich meine, hey, ich bin halt nicht so gut und vor allem nicht gegen 100, Level 100 irgendwas, Leute, sicher. So, komm mal, alle Katzen. Hallo, überall noch. Gehen wir mal hier rüber. Holen wir auch noch ein paar. Da gehen nämlich leider schon die ersten Meter. Das gilt es zu vermeiden. So, du kannst auf jeden Fall auch noch mit. Du auch noch. Wie, was geht denn da jetzt? Heilige Scheiße, wie gehen alle auf ihn? Hat er wahrscheinlich schon gemacht, oder wie? Aufhören, aufhören, aufhören! Ja, man muss immer warten, bis der Tanker fertig ist. Sonst ist das ganz schnell vorbei. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich die jetzt alle töten, oder warten, ey? Ohne Witz, du bist doch verschwendet. Ohne Scheiß, egal, was soll's, Leute. Ey, ich würde sagen, das war schon feiner mit dem Part jetzt wieder. Jetzt hau mal drauf. Ohne Scheiß, die sind gleich alle tot, Mensch. Also ich sag, äh, auf jeden Fall jetzt schon mal Danks Zuschauen. Ich weiß auch nicht genau, warum das alles jetzt nicht so, äh, verdammt klappt. Jetzt leckt's auch noch wie Sau, Alter, ich krieg echt das Kotzen hier. Okay, hat er, gut, dann kann ich die jetzt endlich... Hallo, mach mal Escape, Mensch! Okay, leck, ey, ohne Scheiß ist... Okay, was geht jetzt ab, Mann? Was geht jetzt ab? Äh, ja, sorry fürs Überziehen, sorry fürs Verrecken, aber ich weiß auch nicht genau, warum wir jetzt alle auf ihn gegangen sind. Ich sag, danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!